Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play SimCity Beta besser gesagt, muss ja noch dazu erwähnt werden. Wir hatten ja in der letzten, ähm, ja Ausgabe möchte man sagen, leichte, äh, ja, Schlussprobleme nenne ich es einfach mal. Wo er einfach, der Client mal so meinte, abstürzen zu müssen. Also versuchen wir es jetzt auf ein neues, uh, da habe ich jetzt aber schlecht, das war ein schlechtes Augenmaß, ein ganz schlechtes. Machen wir die halt auch noch kurz weg hier. Ja, dann passt das aber. Diesmal baue ich eine, zwar auch wieder Schachmuster gerade, aber eine komplett andere, ja, Richtung möchte ich mal sagen. Äh, da, 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 da. Was geht denn? So, bitteschön. Und dann bräuchte man auch irgendeinem Wasser. Wasser kann man uns nun hier holen. Und Strom. Ja, da müsste ich ihn wieder nachrüsten. Das holen wir uns gleich mit einem Kredit. Habe ich gerade mal so entschieden. Das hätten wir hier schon mal gut was an, an Platz, wollte ich sagen. Wenn er mich denn immer ein bisschen mehr machen lassen würde. Fehlendes Geld. Okay. Ich weiß, ich weiß. Zieht mal alle hier ein. Nebenbei brauche ich noch mehr Geld. Dann können wir da jetzt auch das Kraftwerk platzieren. platzieren. Dankeschön. Äh, nein. Ich, nicht. Das wollte ich einfach nur. Dass er es vom Weltmarkt sich kaufen kann, das, was er braucht an Kohle. Na. So. Und. Passt. Wunderbar. Dann zieht mal schön hier ein. Oh, und zwar wollte ich dieses Mal Casinos bauen. Was brauche ich denn dafür? 21 Commercial Buildings. Haben wir alles. Haben wir nicht eigentlich alles? Ja, wir, gehst du da jetzt mal rein? Na, mach mal so. Da geht's auch hin. Wir brauchen noch eine Stadthalle. Nee, natürlich nicht so, wie ich ganz will. Aber okay. Wir pflanzen einfach da eine hin. Genau, jetzt dürfen wir. Ja, ja, ja. Das passen wir. Nein, falsch da. Wollte ich hin. Not enough. 15.000 brauchen wir. Wir machen noch Verluste. Oh, ich klicke immer aufs Falsche. Hier könnten wir ja noch Straße hinsetzen. Na, da geht das natürlich nicht. Okay. Aber dann halt hier einfach. Ist ja nicht so, als würde man nur eine Straße bauen können. Zack, 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 zack. Wunderbar. Dann machen wir gleich hier. Machen wir hier dann gleich die Industrie hin. Da haben wir Industrie, genau. Und hier noch. Die werden langsam gefüllt. Das ist schön. Was brauchen wir noch mal dafür? Mehr Geld. Haha. Dada. Wir nehmen euch einfach noch hier ein drittes auf. Warum? Weil wir es können. Und das zu Recht. Was platzieren wir denn? Ein Sheeproom. Ein Niceroom. Und ein bisschen was. An Extraleistung, sag ich mal. Da noch ein schönes Werbeschild hingeklatscht. Und dann können sie sich jetzt um Mitarbeiter kümmern. Dann können die dann jetzt. Jetzt brauchen wir dafür auch so eine ganze Menge an Einnahmen. Das ist nur noch die Frage, ob wir das jetzt überhaupt finanziell überstehen, weil ich das so schnell gebaut habe. Ich wollte es einfach mal getestet haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, Industrie haben wir ja. Wir brauchten sie ja nur mal. Wir bauen. Hier können wir eigentlich auch erstmal Industrie zuweisen. Wohnungen. Könnten sie auch hier alle nutzen, wenn sie wollen. Ja, hier ist schon ordentlich was los. So muss das sein. Da ist das Minus auch schon deutlich nach oben geschnellt. Hier jetzt so langsam die ganzen Touristen anmarschieren. Könnten ja mal so einen Zimpfaden. Ja, sagt auch nicht gerade viel aus. Was könnten wir denn mal noch bauen? Ein bisschen Sports Entertainment. Noch mehr Sports. Und was bräuchten wir noch? Ein bisschen Natur ist nie verkehrt. Wenn man denn das Geld hätte. Ja. 400 nur. Das haben wir ja. So. Hier machen wir es mal. Ah, noch kein Gewinn, aber bald. Dann müssen wir uns natürlich auch noch um den ganzen Müll kümmern, der auf Schweineteuer ist. Aber solange sie noch nach nichts schreien lassen, dann lassen wir das erst einmal. Da sind immer noch die neuen LKWs. Die Straßen. Ja, haben wir ja schon eine Breite gebaut. Sind noch nicht voll, aber ich weiß, dass die hier voll wird. Das ist doch schön für euch. Industrie. Habt ihr noch Platz? Dann baut doch erst mal. Angeblich habt ihr immer noch Nachfrage. Hier auch noch Nachfrage nach allem. Aber hier haben wir ja auch gerade nichts mehr. Ne. Ein bisschen haben wir immer noch. Könntet ihr da ja eigentlich... Noch ein paar Häusler bauen. Fehlt mal wieder das liebe Geld hier. Warum fehlt dann nur immer Geld? Da geht's. Ah, mal wieder das liebe, liebe Kleingeld. Schauen wir mal. Das geht. Das nicht. Egal. Ja, da könnt ihr auch noch... ...bauen. Oder schon mal bauen. Wie auch immer. Ach, ruhig ja alles. Wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Aber ihr könnt wissen, ich sagen, ihr durftet nicht. Dann wollt... Ah, was will der denn hier? Ja, Kultur. Ich würde ja Kultur bauen, wenn ich denn dürfte. Ich darf nur nicht. Was ist denn der hier? 5.000 Gebirge. Kalotsche. Komm. Komm, komm, komm. Danke. Platzieren wir dann mal hier hin. Und was nehmen wir? Not enough. Dann warten wir halt noch. Na komm schon. Gib mir das Geld. Da auch noch eins drauf. Na, da dann geht da. Dann habt ihr auf jeden Fall irgendwie noch zu spielen hier. Und, kann man den auch noch oben drauf? Oder kann man echt noch oben drauf? Na ja, machen wir nur so. Ziehen wir den einfach mal da hin, die Werbung. Na, was sagt er? Nicht viel Verlust pro Tag. Oh, jetzt kommen die Mörder. Dann wollen wir mal ein bisschen... ...Polizei hier auf den... ...Strip... ...platzieren. ...wenn wir gleich das Geld haben. 20.000... ...ah, 30.000... ...ah, jei, 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 jei. Seh mal zu. Na komm. Langsam wollen sie von allem was. Aber egal. Erstmal müssen wir das Geld reinkriegen. Der macht eigentlich schon ein gutes Gewinn. Ja. Ja, okay. Die sind gar nicht ausgenutzt. Da haben wir hier reichlich. Reichlich. So, jetzt... Jetzt können wir unsere Polizei-Station hier bauen. Kein Warten. Wo sollen wir denn über Polizei? Knallen wir es auch mal da hin. Da kommt der Fahnenmast hin. Ah, wir hatten nicht genug Geld für unsere... ...weiterer... ...Auto-Kolonne. Was soll der denn? Ja, machen wir ja nachher, wenn wir... ...ah, machen wir jetzt gleich. Vier Kriminelle pro Tag. Oder vier Verbrechen pro Tag. Ach, ja. Ne, 4000 Einwohner... ...Dörflein. Ist das, denke ich mal, schon ordentlich. So. Die müssen auch mal abgepumpt werden. Die lassen wir dann mal. Schade, ich dachte, ich könnte sie da hin platzieren. Da hin. Pump mal den ganzen Scheiß hier bitte weg. Und. Na, hier brauche ich wieder... ...Credits. Credits. Kommt her, Credits. Die letzten fünf Minuten über Blut. Woll. Dankeschön. Packen wir das auch erstmal. Müssen wir auch noch gleich den Müll mal entsorgen... ...mit der nächsten Einnahmerunde. Den lassen wir auch hier hinten hinschippern, schön. Wir ziehen nicht hin. Danke. Grü- Vielen Dank.